Hallo, ich bin Nicole Maier, Künstlerin aus Hamburg und bin heute bei der Pashminat Gallery zu Besuch und darf euch die nächste Ausstellung ankündigen, Expressive Melange, die läuft vom 6. Mal bis zum 26. und stehe hier auch schon von einem ganz spannenden Kunstwerk von der Künstlerin Andrea Donner, die abstrakt arbeitet und hier bei diesem Bild sieht man richtig schön ganz großflächig. Ja, mit wirklich mit groben Strukturen auch, die sich durch dieses gewachste Tuch, was sie verwendet hat, also wirklich keine klassische Leinwand ergeben, hat hier auch nochmal dieses Tuch zusammengenäht und natürlich andersrum auf die Leinwand bespannt und ja, man sieht es hier auch an diesen Nähten, das ist halt was sehr ehrliches, sie kehrt das Innere nach außen und ja, wahnsinnig spannend.